Yo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Prey. Hier ist der Held vom Erdbeerfeld und ja, wollen wir mal gucken hier, retten wir mal die Frau fürs Leben und nebenbei die Welt. Gucken ob wir was schaffen hier heute. Turn the light on. Ich weiß gar nicht mehr, was hier los war. Flutter slutter oh ich wäre live. Okay. Oh warum nicht, ne. Wollen wir es mal machen. Oh was muss man jetzt wieder machen hier? Ich muss hier genau durchkommen, ne. Da steht einer. Ist maßgebäut. Bääääää. Ich muss klicken, ne. Nicht ehe drücken. Guten Tag Na, was gibt's da zu gucken? Was ist der hell? Hat er mich so gut erwischt? Gibt's ja nicht Ich bin absolut nicht warm hier Ich hab ja auch pausiert lange das Spiel Ich mach nen Abgang Ich hab dich doch gehört Oh, noch einer Ist hier endlich mal Ruhe, oder was? Junge, Junge, Junge Was ist denn hier los, ey? Äh Alarm System Disabled Ja, wieso sollte ich denn jetzt einen Alarm aktivieren? Das wär ja bescheuert, oder? Dann krieg ich ja noch mehr von denen auf den Sack Wahrscheinlich Hmm Boah, ich spiel das grad so was von blind hier Ja Blattermann Hallo? Jesus Christ Sind sie jetzt mit dem Trainloader hervieren? Oh, ja, ich komm zurück, okay Gibt's nicht nett aus, ne? Ach komm, wir sind mal so lustig Wir aktivieren das mal Einfach, weil wir mal wissen wollen, was passiert Oh shit Oh shit Das passiert dann also Ah, ich wollte ja auch die Kulisse gerne wiederhaben Es fehlte mir hier Börp Gut, gut So, wie soll ich jetzt Hände so hier runter, ne? Dann kann ich bestimmt hier ein Knöpfchen irgendwo drücken Wieder mal Ah Das war offensichtlich So, die Tür da oben ist zugegangen Ich kann sagen What the hell Dich mach ich fertig Dich mach ich fertig Ja, nun, muss ich irgendwie hoch wahrscheinlich, ne? Oder muss ich hier weiter runter, ne? Hm Ich glaub hier muss ich auch da hinkommen, oder? Ich glaub hier muss ich auch da hinkommen, oder? Er hätte ja Munition, ja Ich weiß ja, dass er schon überwand ist Hm Ja, dann Guck mal, wenn ich hier draufgehe Oh nein, da fall ich gleich ganz runter Waaaaaah 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 Hm Was willst du denn, ey? Verdammt Okay Hm Hm Sonst hab ich für die hier keine Muni mehr, ne? Doch, aber nur ganz wenig Hör mal Kannst du doch mal Ja More Ja 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 Ich komm hier noch runter hier Ich schon wieder. Eigentlich brauche ich die roten, ne? Health. Jetzt haben wir mal Sensor hier, oder? Jungs, jetzt reicht's. Zack, aufgeladen. Erstmal Amoria. Jo, jetzt müssen wir hier wieder Schönes machen. Aha. Mhm. Jo, kann man ja mal machen, ne? Frag mich, wie man da überall hinkommen soll. Dann kommt man ja später irgendwo raus und läuft dann da oben lang. Kann ich mir gut vorstellen, weil sonst, keine Ahnung. Hochklettern kann man ja hier nirgends, ne? Na, vielleicht von da. Das möchte ich gern wissen. Ah, der kann nicht schnell laufen, ne? Wie bei Doom. Ne, da komme ich nicht mehr hoch. Das ist zu hoch. Meine ich. Aber ich kam ja von da. Ich eventuell... Da oben ist was da. Da komme ich nicht hin, aber... Wir vielleicht hier rüber laufen können. Dann wäre ich vielleicht über die Rohre da hin gekommen. Na ja. Ach so. Jetzt habe ich Mist gebaut. Geh ne Scheiße. Dum 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 dum. Hm. Was'n Sinne des Wortes? Dum 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 dum. Oh man. Oh ne. Ja gut, hier gibt es erstmal Heilung. Das ist ja auch nett. Nice. Hm. Da geht's also theoretisch weiter. Oh, hier gibt's auch noch so gewisse Sachen, ne? Ich hab's verkehrt gedrückt. Wofür soll der dann hier nochmal gut sein? Hm. Ach so, die ist dann bleibt zu. Okay. Wir müssen auch noch eine Bewandtnis haben, oder? Ich hier so wieder. Eigentlich bescheuert. Hm. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, was da jetzt kommt. Das war die Tür. Ja. Und das Tür nennen möchte da. Oh, okay. Quickly, quickly. There. It's done. Äh. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Sie meinen an. Und ich komm auch wenigstens wieder zurück, ne? Ja. Ja. Na. Das ist auch wieder geil, ja. 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 Na, hier geht bestimmt die Post ab, wa? das gefällt mir gar nicht und ist jetzt los ja woher soll ich das wissen das muss irgendwo stehen oder so eine kann das sein ja 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 Wo kriegen wir das jetzt her? Mother's growing Beth and Mother Mother's growing Beth and Mother Ach das doch wahrscheinlich, wa? Eventuell Wie muss ich doch mich da wieder hinschummeln, oder? Ah Irgendwas ist hier wieder Hm Blicke ich gerade nicht Nervt mich auch schon wieder Gut machen kann man das nicht, ja? Eins, sechs, zwei, drei Ah, man muss so lange genug warten Alles klar Warte ja immer noch drauf, dass die da rauskommen, ne? What? Boah Boah Erstmal an die Seite, ja? Killen die mich, ja? Oh Freunde, ich beende dann hiermit erstmal diese Runde und dann bis bald, wenn's wieder heißt Prey Okay So 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 So